Fühl mal bitte meinen Puls. Der ist schnell, oder? Der ist krass schnell, der Puls ist krass schnell. Du atmest ein, drei Schläge ein, fünf Schläge aus. Okay, eine Vorbeuge könnte dir jetzt auch helfen, dich wieder zu zentrieren. Ja? Und wieder drei Schläge. Wird aufgelegt. Ich habe immer gewartet. Ich dachte, wir ziehen nach Moskau und ich treffe den Richtigen. Ich habe von ihm geträumt, ich habe ihn geliebt. Aber jetzt stellt sich raus, das ist alles Unsinn. Heute Morgen bin ich aufgewacht und sah das viele Licht und sah den Frühling. Und ich spürte plötzlich solche Freude. Und ich wollte so sehr wieder zurück. Ja komm, versuch! Iridoschka, sei nicht zu ihr. Sei höflich! Das, was ich so sehr wollte, wovon ich geträumt habe, genau das gibt es da nicht. Eine Arbeit ohne Poesie. Ohne Gedanken. Sie haben da einen Hund. Geben Sie mir den Knapp. Wenn ich zweifle, dann denke ich. Und wenn ich denke, dann existiere ich. Ich muss doch erstmal alles anzweifeln. Sven, Richie, Walter, Werner. Wer bist denn du? Leben und nicht wissen, wozu Kraniche fliegen. Wozu Kinder geboren werden. Entweder muss man wissen, wozu man lebt. Oder alles ist albern. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla.